Wagen wir ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn Lebewesen tatsächlich Maschinen wären? Maschinen, die man zerlegen, neu programmieren und neu verkabeln kann, damit sie etwas völlig Neues herstellen. Dann könnte man Pflanzen so bauen, dass sie wie Glühbirnen leuchten oder Hefe so, dass sie Vanille produziert. Die Biotechnologieindustrie versucht schon seit vielen Jahren, Lebewesen auf diese Weise zu betrachten. Diese Betrachtungsweise ist die Triebkraft für eine rasant wachsende neue Industrie, die synthetische Biologie. Verstehen Sie mich nicht falsch, Lebewesen sind keine Maschinen. Bakterien oder Hefe sind komplexe, sich entwickelnde Organismen und unterscheiden sich von einer Maschine wie ein Hochhaus von einer Wolke. Trotzdem versucht die synthetische Biologie, strukturierte technische Regeln auf die bunte Vielfalt des Lebens anzuwenden und Lebewesen als technisch veränderbar zu verstehen. Und das funktioniert so. Jeder lebende Organismus hat einen Körper oder eine Zelle. In der synthetischen Biologie stellt man sich diese gerne als Gehäuse vor. Zudem gibt es in der Zell-DNA-Anweisung ähnlich einem Code. Der DNA-Code besteht aus vier chemischen Buchstaben. G, T, C und A. Im Prinzip ist es die Reihenfolge dieser Buchstaben, die, ähnlich der Reihenfolge von Computer-Codes und Software, bestimmt, wie eine Zelle wächst und was in ihr vorgeht. So weiß man, ob darin Tinte oder Vanille oder ein grünleuchtendes Protein produziert wird. Angenommen, so die Überlegung, man könnte den Code umprogrammieren, sodass die Gehäusezelle etwas kommerziell Profitables produziert, wie eine biologische Maschine. Die Zelle wird umprogrammiert und fungiert als winzige biologische Fabrik, die die gewünschten Chemikalien herstellt. Im größeren Maßstab könnte man Millionen von diesen programmierten Zellfabriken anfertigen, weil diese sich selbst replizieren und sie in einem großen industriellen Behälter aufbewahren. Das wäre eine neue Methode, um Güter herzustellen, die unsere Konsumgesellschaft braucht. Plastik, Duftstoffe, Nahrungsmittelbestandteile und Kraftstoffe. Das ist die unfassbare Vision der synthetischen Biologie oder Synbio, die Umgestaltung lebender Organismen, um so Produkte herzustellen. Die synthetische Biologie ist heute bereits ein Milliardengeschäft. Synbio-Produkte sind auf dem Markt schon längst verfügbar. Es gibt etwa 100 Synbio-Unternehmen, die Abkommen mit den weltweit größten Chemie-, Lebensmittel-, Energie- und Kosmetikunternehmen geschlossen haben. Darunter sind viele bekannte Firmennamen. Nach Angaben von Synbio-Unternehmen sind deren Produkte bereits in Softdrinks, Seifen-, Gesichtspflege- und Waschmitteln zu finden. Die Produkte sind nicht reguliert, nicht gekennzeichnet und nicht im öffentlichen Bewusstsein. Technisch gesehen ist die synthetische Biologie eine Weiterentwicklung der Gentechnik, eine Art extreme Gentechnik. Allerdings hat sich die synthetische Manipulation der Bausteine des Lebens sehr stark weiterentwickelt, seit die Konzerne zu Beginn der 1970er Jahre begonnen haben, Gene zusammenzukitten und zusammenzuwürfeln. Damals haben Gentechniker die DNA in der Natur ausgewählt, diese dann aus bestehenden Organismen entnommen und daraufhin in einem Cut-und-Paste-Verfahren wieder eingefügt. Heutzutage benutzt man DNA-Drucker, sogenannte DNA-Synthesizer. Diese drucken künstliche DNA von Grund auf neu, so kann der DNA-Code wie gewünscht zusammengefügt werden. Man muss die DNA nicht mehr in der Natur finden, man kauft sie einfach im Internet. Es ist sogar möglich, die komplette DNA eines Lebewesens synthetisch herzustellen. Craig Venter gelang dies 2011. Er erschuf eine Mikrobe namens Synthia, deren gesamte DNA von einer Maschine gedruckt wurde. Er nannte Synthia die erste sich selbst reproduzierende Spezies auf dem Planeten, die einen Computer als Eltern hat. Die meisten Syn-Bio-Unternehmen haben künstliche DNA-Codes erdacht, die Mikroben dazu bringen, industriell nützliche Verbindungen zu produzieren. Evolva, ein schweizerisch-amerikanisches Syn-Bio-Unternehmen, hat Hefe so programmiert, dass diese Verbindungen herstellt, die im Gewürz Safran zu finden sind. Safran wird normalerweise aus iranischen Krokusblüten gewonnen, aber Evolva kann nun synthetischen Safran in einem großen Bottich mit bearbeiteter Hefe brauen, ähnlich der Herstellung von Bier oder Wein. Eine weitere Syn-Bio-Hefe produziert Vanillin. Das ist Vanillegeschmack, aber eine Vanillepflanze wird bei der Produktion nicht benötigt. Weil es eine Art Brauvorgang ist, glauben die Unternehmen, sie könnten diese als natürlich etikettieren. Damit treten die wirklich natürlichen Stoffe in direkte Konkurrenz mit den Syn-Bio-Erfindungen. Die Aussicht auf synthetische Lebensmittel und Verbrauchsgüter ist für die Aroma- und Duftstoffindustrie von großem Interesse. Aber schon allein die Etikettierung als natürliche Zutat ist für tropische Bauern Grund genug, um alarmiert zu sein. Jeder angebaute Hektar Safran im Iran schafft täglich bis zu 270 Arbeitsplätze. Der Ersatz durch Syn-Bio-Safran bedroht diese Arbeitsplätze. Schätzungsweise 200.000 Menschen pflanzen, pflegen und fermentieren Vanillebohnen in Madagaskar, Uganda, Mexiko und andernorts. Die Lebensgrundlage dieser Menschen ist aufgrund der chemisch-synthetischen Vanille bereits prekär. Jetzt untergräbt das Syn-Bio-Vanillin diese noch weiter. Bedroht sind ebenfalls die umliegenden Ökosysteme, weil der Vanilleanbau mit dem Schutz des Regenwaldes eng verknüpft ist. Die Vanillereben benötigen intakte Wälder, um gut zu gedeihen. Wenn der Preis für natürliche Vanille wegen der Syn-Bio-Vanille weiter sinkt, könnten die Landwirte zum Überleben den Wald abholzen und Reis anbauen. Natürlich kann die Syn-Bio-Industrie nicht gänzlich ohne Landwirtschaft auskommen. Die Syn-Bio-Hefe oder auch Algen benötigen große Mengen Zucker. Dieser wird von Mais- oder Zuckerrohrplantagen bezogen. Deshalb haben bisher alle größeren Syn-Bio-Unternehmen Produktionsanlagen in Brasilien errichtet. Rohrzucker aus Brasilien mag ein süßer Genuss sein. Er hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Der Anbau verbraucht sehr viel Wasser und Chemikalien und oft wird die Ernte von Arbeitern unter sklavenähnlichen Bedingungen eingebracht. Die Ausbreitung der Zuckerrohrfelder zerstört Brasiliens ökologisch wertvolle Cerrado-Region und verdrängt anderen Ackerbau tiefer in den Amazonas. Syn-Bio-Unternehmen hoffen, ihre Mikroben zukünftig auch mit Holzspänen, Sägemehl und sogar mit Erdgas zu ernähren. Deshalb verbrüdern sich die extremen Gentechniker derzeit mit der Branche der extremen Energiegewinner, der Fracking-Industrie. Dann ist da noch die brennende Frage der Sicherheit. Die Gentechnik wird wegen der unvorhersehbaren Nebenwirkungen des Herumfummels am genetischen Code bereits seit 40 Jahren weltweit kontrovers diskutiert. Die extreme Gentechnik verstärkt diese Unsicherheiten noch weiter. Wie ein Syn-Bio-Organismus wächst, sich anpasst, verhält und verändert, ist bestenfalls Spekulation. Einige unschöne Szenarien sind einfacher vorstellbar als andere. Was passiert, wenn eine Alge, hergestellt um Benzin zu produzieren, was schon geschehen ist, aus dem Labor entkommt und beginnt sich in Flüssen, Bächen und Ozean zu reproduzieren? In diesem Fall könnte der entkommende Organismus eine sich selbst generierende Ölpest verursachen. Die Regierungen wissen noch nicht, wie sie synthetisch veränderte Organismen sicherheitstechnisch bewerten sollen. Deshalb werden die meisten dieser Organismen in geschlossenen Systemen gehalten. Jetzt aber wurde eine neue Welle von Syn-Bio-Organismen entwickelt, die für die Freisetzung in die Umwelt bestimmt sind. Im April 2013 benutzte eine Gruppe von Bio-Hackern aus Kalifornien die Website Kickstarter, um eine knappe halbe Million Dollar für die Kommerzialisierung von im Dunkeln leuchtenden Syn-Bio-Pflanzen zu sammeln. Für einen Beitrag von 40 Dollar versprach das Projekt, hunderttausende Syn-Bio-Samen an über 6000 zufällig ausgewählte Personen in ganz Nordamerika zu senden. Das ist eine beträchtliche, ungeregelte Freisetzung von synthetisch veränderten Organismen. Verrückterweise erklärte die US-Regierung, dass sie nicht über die Mittel verfüge, um so etwas gesetzlich zu regulieren. Trotz einer lautstarken Opposition will das Unternehmen den Versand der unregulierten und unkontrollierten Syn-Bio-Pflanzen bald beginnen. Während die Syn-Bio-Industrie sich rasend schnell entwickelt, liegen die Regulierungsbehörden weit zurück. Die Delegierten der 193 Mitgliedsstaaten der UN-Konvention über biologische Vielfalt beginnen nun verspätet, sich mit der Aufsicht der synthetischen Biologie auseinanderzusetzen. Es braut sich bereits eine internationale Auseinandersetzung zusammen zwischen einer Handvoll reicher Länder, welche die Syn-Bio-Industrie unterstützen und jenen tropischen Nationen, deren Bauern, Felder und Wälder durch die neue Bioökonomie bedroht sind, die die synthetische Biologie im Begriff ist, freizusetzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020